Ich lerne Deutsch. Nummer 4184 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist kein Glas in Reichweite. Deshalb trinke ich das Wasser aus der hohlen Hand. Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Zwei Hände reichen nicht aus, um alles zu tragen. Kann mir jemand helfen? Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Fröhliche Musik macht auch zu Hause gute Laune und bringt Freude in den Tag. Fröhliche Musik macht auch zu Hause gute Laune und bringt Freude in den Tag. Der Buchhalter genießt unser volles Vertrauen und unsere volle Unterstützung. Hallo Annika, kennst du mich noch? Hallo Annika, kennst du mich noch? Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Wir sind beide krank und müssen die nächsten Tage zu Hause bleiben. Wir sollten den Text noch einmal genau analysieren, bevor wir die Broschüre in Druck geben. Wir sollten den Text noch einmal genau analysieren, bevor wir die Broschüre in Druck geben. Wir sollten den Text noch einmal genau analysieren. Wir sollten den Text noch einmal genau analysieren, bevor wir die Broschüre in Druck geben. Wir sollten den Text noch analysieren, bevor wir das praises Schuld bringen. Wir sollten den Text noch einmal analysieren. Hoffentlich sitzt noch niemand auf unserer Bank am Meer. Von dort hat man immer die beste Aussicht. Hoffentlich sitzt noch niemand auf unserer Bank am Meer. Von dort hat man immer die beste Aussicht. Mandeln und Pistazien mit Gewürzen liegen in Papiertüten auf der Theke. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Wochenenden sind zum Kuscheln mit Mama da. Unter der Woche habe ich leider nicht so viel Zeit. Die Wochenenden sind zum Kuscheln mit Mama da. Unter der Woche habe ich leider nicht so viel Zeit. Unser Hotel hat nur einen kleinen Balkon. Aber von dort sieht man das Meer. Unser Hotel hat nur einen kleinen Balkon. Aber von dort sieht man das Meer. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Das solltest du noch einmal überdenken. Ich glaube nicht, dass du die richtige Lebenseinstellung hast. Ich habe ein Unternehmen gegründet. Jetzt bin ich endlich mein eigener Chef. Ich habe ein Unternehmen gegründet. Jetzt bin ich endlich mein eigener Chef. Ich wasche mein Auto immer selbst und trockne danach jede Stelle mit einem Tuch. Ich wasche mein Auto immer selbst und trockne danach jede Stelle mit einem Tuch. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Ich habe ein Problem, über das ich nachdenken muss. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Meine Gymnastikmatte und mein Wasser sind immer griffbereit. Meine Gymnastikmatte und mein Wasser sind immer griffbereit. Meine Gymnastikmatte und mein Wasser sind immer griffbereit. Diese Pille hat unser Unternehmen reich gemacht. Diese Pille hat unser Unternehmen reich gemacht. Wir verkaufen täglich tausende davon. Diese Pille hat unser Unternehmen reich gemacht. Wir verkaufen täglich tausende davon. Als Team sind wir unschlagbar. Und das soll auch so bleiben. Als Team sind wir unschlagbar. Und das soll auch so bleiben. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich glaube, der Bewerber kommt nicht mehr. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit.